Jujuks! Herzlich Willkommen zu einem neuen, wilden, geilen, neuesten, so wie letztes war. Motorvlog, heute mal ein bisschen später, es ist knapp 10.06 Uhr, also spät ist es ja nicht wirklich, aber dunkler, ja. Plan für heute, kein Ride to School, hm, um 6 Uhr, Ride to School, ich weiß ja nicht. Heute mal Ride to jemand anders, to jemand, to jemand anders. Sprachen lernen, Bubble! Zu jemand anderem, einer sehr altbekannten Person, die ihr schon mehrere Motorvlogs Videos, was auch immer, nimmer zu Gesicht bekommen habt. Für die Person geht es jetzt hin. Und nachdem ich bloß einen komplett vollen Akku habe, der Akku bloß 30% hat, würde ich sagen, wir sehen uns, wenn wir fast bei dieser prominenten, tollen, schönen Person sind. Also schön. War noch gelb. Dann würde ich sagen, man sieht sich gleich wieder. Und die Freunde der Bundespolizei Österreich schauen wieder drum. Das ist auch ganz schön. Dann würde ich sagen, man sieht sich gleich wieder. Bis dann. So, wir sind jetzt bei dem besagten Ort, wie man es nennen will, Dorf, was auch immer, angekommen. Wo sich diese Person, dieser Ehrengast, befinden sollte. Jetzt wollen wir noch da hinfahren. Da ist irgendein Marsch der Welt hinten. Ich fahr jetzt extra noch nicht, damit der Hype da ist. Aber manche, die schon länger den Kanal anschauen und so, also die schon länger dabei sind, wissen vielleicht schon, wer das war. Und ich hätte anders fahren sollen. Ich könnte den kurz um. Wissen wahrscheinlich, wer das ist. Ich kenne auch vielleicht den Ort noch, wo wir hier sind. Vor einem unserer ältesten Videos. Also ich sogar das älteste. Genau dieser Platz hier, das ist, glaube ich, sehr sehr bekannt. Was hier gewesen ist. Jetzt muss ich noch da hinfinden. Ich glaube hier war das. Jetzt müssen wir nur noch warten oder anklopfen. Eins vor beiden. Nein, das ist jetzt anders. Du musst rauskaufen fürs Video. Was? Du musst rauskaufen fürs Video. Ach so, was so, begrüße ich. Ja, du bist ja Stargast. Ah ja, ok, warte, komm gleich. Ja, passt. Die hören die Funk. Ich weiß sogar. Hey, bist du nicht da raus? Bist du da raus? Nein. Hey, hast du ja lange nicht gesehen? Wann bist du jetzt da? Ja, keine Ahnung. Habt ihr euch die Kuh kurz vorbei? Ja, was ist? Was? WTF? Ja, Jungs. Ja, sieh ja gleich. Der altbekannte Stargast. Es ist wieder mal der Lorna nach einem Jahr oder sowas. Lorna mit dem Board. Nach ungefähr einem Jahr ist er wieder zurück. Ja genau, hat ein neues Bike. Noch Spaß. Er fängt schon wieder an. Ja, ja. Auf der ist auf der anderen Seite. LOL. SCR. Ich werde sagen, wir melden uns gleich wieder, wenn wir nachher fahren. Hallo, wir fahren. Willst du dir noch was sagen? Ja. Ok, sag. Lola, wir moppen kommt wieder nach zwei Jahren. Äh. Ja, dann bis gleich. Ciao. So da. Ha? Ha? Ja? Ja, Jungs. Es geht zum Sparen. Weil der Brie da Hunger hat. Der Sack. Das hat nicht so gut geschlappt. Er fahrt, wenn er wirklich gestört ist. Alter, ist auch nein. Ja. Ich glaube, wir werden alle vermisst. Hell yeah. Boah. Ja. Ja. Ja, ich bin noch ein Freund. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Erst mal, ich bin schon eine Sekunde unterwegs. Dann krieg ich mich schon wieder verschoben. Ja. Also, er ist mal wieder stark. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ja. 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 Na. Ja. ... ... ... ... ... Wir wissen doch gar nicht wirklich was wir aufnehmen. Aber wir fahren jetzt erstmal zum Spahn. So soll er mir was gönnen weil ich ja Hunger... Pam, nam, nam, nom, nom 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 So wie hier Sprech Sprech B**** B**** AAAAAAAA AAAAAAAA B**** Alter Dücker Alter Sprachen lernen BABBEL B**** Oh nein Was sag ich? Was nehmen wir auf? Jetzt sagen wir, wenn ich... Nein, nein, nein Jetzt sagen wir, wenn ich du wäre Ja Passt Ja okay Jungs, wir sind sich gleich wieder wenn... Nein, nein, das macht sie kaputt Wir sehen uns gleich wieder, wenn der Lorna was Schürst aus dem Spar gegönnt hat Bis gleich Das bästchen Ich werde mich überden, ich werde mich überdecken Und wenn es Zeit für mich, lasst es mich überden. Enneuer mich überden, wenn ich mich überden kommst, Ich werde mich überden, wenn ich mich überden. Worteile Worteile